Lugner-Witwe offenbart, Mörtel wollte mit 91 noch ein Kind Wien, Österreich, vor mehr als einem Monat starb Richard Lugner im Alter von 91 Jahren. Seine sechste und letzte Ehefrau Simone Reiländer, 42, mit der er gerade einmal 72 Tage verheiratet war, sprach nun erstmals in einem Interview über die Todesnacht des Baulöwen und seinen überraschenden Kinderwunsch. Das Ehepaar wollte noch so viel gemeinsam erleben, vor allem hätte der Bauunternehmer an verschiedene Orte reisen wollen, darunter Griechenland, wo eigentlich die Flitterwochen stattfinden sollten, nach Indien, Schottland und auf die Malediven. Trotz seiner gesundheitlichen Probleme hatte Lugner jede Menge Antrieb und Motivation. Angeblich habe er sogar Nachwuchs geplant. Richard sprach auch noch von einem Kind. Er hat sich extra testen lassen und meinte, es würde bei ihm noch gehen, verriet Simone überraschend der österreichischen Tageszeitung Krone. Doch all dies werden Mörtel und sein Bienchen nicht mehr realisieren können. Dass Lugners Tod sehr plötzlich kam, schilderte die ehemalige Hornbach-Mitarbeiterin eindrücklich im Interview, am Abend vor seinem Tod hätten die beiden in der Villa im Wiener Bezirk Döbling noch zusammen vor dem Fernseher gesessen. Simone berichtet eindrücklich von Lugners letzter Nacht. Der Wiener habe nebenbei noch mit seiner Ex-Frau Christina Mausi Lugner telefoniert, die eigentlich die Rede zu seinem Geburtstag im Oktober hätte halten sollen. Kurz vor Mitternacht sei Simone schlafen gegangen, das Paar hatte getrennte Schlafräume. Am nächsten Morgen dann der Schock, gegen 8 Uhr und 30 Minuten wollte sie ihren Mann wecken. Der Fernseher war aus, er lag im Bett, als würde er schlafen. Und weiter, er reagiert nicht, ich greife ihn an und spüre, dass er ganz kalt ist. Ich habe Panik bekommen, hab ihn noch geschüttelt, dann den Notruf gewählt. Ich habe Panik, dass er ein bisschen abonnt. Ich habe Panik, dass er ein bisschen mehr ist. Ich habe Panik, dass er sich hier, diesen Abend glaubt, denn ich habe Panik zu sein. Ich habe Panik, dass er sich,